Und damit hallo und herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 2. Wir machen jetzt weiter, nachdem wir im letzten Parkbisschen geflogen sind. Und ich bin heute wieder ein ganz fleißiger und spiel mit dem Controller. Ich werde das höchstwahrscheinlich gleich bereuen, aber erstmal wieder die Steuerung rein finden. Nein, du sollst dich eigentlich nicht um deine eigene Axt drehen. Ja, das ist echt toll, wenn man so blöd ist wie ich. Gut, das ist Adlerauge, das ist Let's Stoßen. Nee, das war's auch nicht. Scheiße! Och, bin ich doof? Nee. Das ist natürlich schade. Wie geht denn Leute jetzt in den normalen Szenen? Komm, komm, komm. Komm, Freunde. Ich habe heute frisch gefahrte Ege. Danke für das Geld, aber ich bin gerade verletzt. Ich bin sicher, ich habe, was ihr braucht. Ich komm grad nicht drauf klar. Ähm, vielleicht soll das doch wieder so drastische Texte. Ich bin sicher, dass die kommunalen Behörden eingesehen werden. Fall mir nicht noch einmal drauf, ist das klar. Oder vielleicht hätte ich es zumindest vorher mal testen sollen. Oh ja, das, das, das ist schon... Ähm, wie ist denn jetzt Rennen? Kamera drin habe ich schon raus. Ähm. Ach, bin ich gut nicht, weil ich bin der Böschte. Ähm. Hier so viele Tasten hat er ja. Die Kontrolle ja gar nicht. Ach, du willst mich verarschen. Start ist also bei dir rennen. Ja, das glaube ich nicht. Nee, komm, ich stelle das einfach um. Das ist mir dann zu riskant. Ähm. Optionen, Steuerung. Ähm. Steuerung anpassen. Wieder auf Tastatur. Genau, so sieht es aus. Dann müssen wir halt mal in eine ganz gechillte Position wieder verlassen. Ist ja auch scheißegal. So, ähm. Jetzt nochmal. Wirklich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 2. Denn jetzt geht es erst richtig los. Ähm. Bla bla bla. Ja, du musst mich selbstverständlich auch noch nerven. Das ist schließlich deine Heilige Pflicht als Stück Scheiße. Heute bist du wahrhaft oder einfach nur bla-haft? So, kaufen wir uns mal eine neue Schatzkarte. Weil wir haben es ja. Ähm, Gemälde. Keine neue, umso besser. Und wenn nicht, was machst du dann? Ne, ähm. Jetzt verpassen wir uns auf jeden Fall erstmal zu unserer sexy Mission da hinten. Ähm. Weil wegen Vorankommen und so, ne. Das sollte man vielleicht machen, wenn man so ein Spiel, Let's Play, vorankommen. Das ist praktisch. Aber Ezio hat da wohl was dagegen. Na gut, Ezio. Warum auch nicht? Du darfst auch ruhig gerne was dagegen haben. Du bist ja schließlich unsere Raub-Pussy hier. Ähm. Naja. Boah, die Datei ist echt zu groß. Das lädt so Jahrhunderte hoch. Ich mein, ich hab das schon optimiert, ne. Wir haben jetzt ein neues, äh, Video-Format. Für alle, die hier durch wollen. Achja. Ähm. Auf ihn. Ich bin durchgekommen. Ähm. Neues Video-Format. Nicht mehr WebM, was ich eigentlich schade finde. Da ist ne Fehler. Ähm. Sondern Xvid HD Video-Format. Das ist nach ausführlichem Test mit, wie viel, mit zehn anderen Konkurrenten, die eindeutig beste Wahl meiner Meinung nach. Okay, jetzt klopfen wir erstmal an die Tür. Klopf, klopf! Untertitel hab ich angemacht. Oh. Ein Todesfall. Unser Dank gehört euch, Ezio. Warum folgt euch der Ärger immer auf dem Fuß? Oh, Antonio. Ihr wisst, warum ich hier bin? Wohl, um Venedig von Marco Barbarigo zu befreien. Wirklich, Ezio. Wir haben das schon mal getan. Und dieser neue Templadoche ist ein noch größeres Schwein als der letzte. Außerdem verlässt er nie den Palazzo. Ja. Außer heute Nacht. Er würde nicht wagen, Karnevale zu verpassen. Woher wisst ihr das? Nun, er gibt das größte Fest von allen. Aber hinein zu gelangen wird nicht leicht. Dafür benötigt ihr eine goldene Maske. Und bevor ihr eine fälschen wollt, denkt dran. Jede Maske hat eine Nummer. Glücklicherweise habe ich eine Idee. Mal sehen, ob wir nicht eine Maske gewinnen können. Oder sie verklauen können. Äh, okay. Mit Theodora über Marco Barbarigo sprechen. Ei, ei. Was ist, mein Sohn? Wollt ihr mich etwas fragen? Ja, warum warst du vorhin Asukron? Vergebt mir aber, warum tragt ihr die Kleider einer Nonne, wenn ihr keine seid? Wer sagt, dass ich keine bin? Doch, ich bin mit dem Herrn vermählt. Und trotzdem seid ihr auch eine Kortisane. Ihr betreibt ein Bordell. Ja. Und? Ich sehe da kein Problem. Es ist meine Entscheidung, wie ich meinen Glauben praktiziere und was ich mit meinem Körper mache. Wie viele junge Frauen war auch ich angezogen von der Kirche, wurde aber von den Gläubigen dieser Stadt desillusioniert. Die Menschen sehen Gott als eine Idee ihres Kopfes und fühlen ihn nicht tief im Innern. Männer müssen erfahren, wie man liebt, um Erlösung zu erfahren. Meine Mädchen und ich bieten das unserer Gemeinde. Ich wusste, keine Kirche würde mit mir übereinstimmen, also gründete ich meine eigene. Nicht gerade traditionell, aber durch meine Pflege werden die Herzen der Männer stärker. So, so. Unter anderem würde ich sein. Ein kleiner Bison-Spieler. Gut, hier ist ja Party. Das ist schön. Party. Senori e Signore. Kommt her, kommt her. Die Spiele des Karnevale sollen beginnen. Achja, Karneval. Habt ihr den Mut, um einen Preis zu kämpfen, so prachtvoll wie dieser? In diesem wie in jedem Jahr wird die goldene Maske einer Person und nur einer Zugang zum persönlichen Ball unseres geliebten Dogen gewähren. Wer würde diesen besonderen Preis nicht wollen? Kommt, tretet an! Wer auch immer sich heute als Meister unserer vier Spiele herausstellt, soll der persönliche Gast des Dogen sein. Das klingt ja gar nicht mehr so scheiße. Aber schon zufällig ist es ausgerichtet. Er hält euch besser, Edzi. Ja, ja, ich war... Oh, danke, dass ich jetzt Geld kriege, nur weil ich hier hingelaufen bin. Na gut, dann machen wir das einfach mal. Senori, Senori. Dies mag die leichteste Herausforderung sein oder die schwerste. Ein Spiel um Charisma und Charme. Kommt näher, kommt näher. Ich bin ja schon da. Ob ihr gewinnt oder verliert, dies wird euer heutiges Lieblingsspiel sein. Meine Damen. So, so. Und so wird gespielt. Alle Damen in diesem Bezirk haben Schleifen. Die müsst ihr erobern. Wer immer mehr davon hat, wenn mein Stundenglas abgelaufen ist, wird der goldenen Maske einen Schritt näher sein. Das klingt ja verlockend. Ähm. Gut. Schleifensammler. Mehr Schleifen von den Damen im Karnava sammeln als die Mitschleiter. Okay. Also einfach klauen oder was. Oder darf ich sie töten? Habt ihr etwas für mich, meine Schöne? Muss ich jetzt nur hinlaufen zu denen oder muss ich sie bestehlen? Okay, jetzt wird sie gerade angepisst wegen dem Typen. Hey, Süße. Na komm. Okay. Dann retten wir von da hin und klauen alles. Was? Braucht er nichts zu euch, Gesell? Braucht er nichts zu euch schreien? Wird noch nur ich. Abgezogen. Was? Ach ich kann von jeder was klauen. Ich dachte nur von einer, okay. Kommt mal her, ihr Weiber. Schöner Mann. Hahaha. Keine Ahnung, ich beklau sie einfach alle. Höh. Obwohl, ne, noch nicht. Die Füße. Ja, nein, ich bin gleich noch Zeitraum. so wie man ja alle so einfach so wegkickt so bämm gib mir deinen scheiß du blöde gu die freut sich auch noch darüber so und ihr auch noch habt ihr etwas für mich meine schönen so jetzt haben wir alle ich habe 28 wir haben einen sieger ihr habt mehr schleifen als jeder andere mann hier ihr habt euch als frauenschwarm bewiesen und ihr seid dem größten preis aller zeiten noch näher oh ja das klingt doch wunderbar gut was müssen wir jetzt machen aus dem weg bitte leute 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 und so was du denn da ein dicker jungler beziehungsweise clown geil ich finde der typ versaut so ein bisschen die stimmung muss ich ganz ehrlich sagen na gut da hinten ist unsere nächste aufgabe rennen wir mal hin mal gucken was wir machen müssen oder wir gehen zuerst erstmal auf den dings ach komm wir gehen erst mal zuerst auf den turm dann haben wir den überblick weißt du dann haben wir hier die kartografischen vorteile wenn ich das so sage dann muss ich an frau doktor merkels rede gestern denken denn wir befinden uns ja alle in neuland und für neuland muss erst mal doch eine karte gezeichnet werden also ich muss schon sagen frau merkel ist echt eine schlechte schauspielerin also da hätte sie besser einstellen können aber ok gehen wir erst mal hier hoch um die turm zu erkunden also die gegend besser gesagt na gut dann gehen wir ganz noch um und synchronisieren ach nebenbei gesagt wenn ich mich richtig erinnere und ich keine thumbnails mehr im voraus gemacht habe wird das heute das erst so hier ist ein codex das erste part das erste part nicht der sondern das der erste part sein von assassin's creed mit einem neuen thumbnail gemacht von beim kuppe jadig und ja ich hoffe er gefällt euch mir gefällt er danke an der stelle noch mal hast du toll gemacht wirst du auch nicht ausgelacht ok wir zur nächsten karnevalsmission der quatsch also der sind ja bin gut ihr bereit euch in einem spiel der ausdauer und geschwindigkeit zu versuchen aber aber doch viele herausforderungen sind auf dem weg das spiel ist einfach aber ist zu beenden fast unmöglich wenn ihr soweit seid der erste mitbewerber der den strecken rekord bricht ist der goldene maske einen schritt näher jawohl was müssen wir da machen das rennen beenden und wegen geschwindigkeitsrekord schlagen der vom letzten zeit im aufgestellt wurde machen wir das doch mal wow verpiss dich ok renn gewinnen das werden wir schon packen denn wir sind ätzjau ätzjau die daure und ätzjau die daure brennt man nicht einfach so los hast den weg ihr weiber ihr läppischen karnevalsweiber und verbrennt mich bitte nicht das das habe das müsste man direkt mal noch ausprobieren ob man davon schaden kriegt wenn man in das feuer rein rennt na gut irgendwann anders jump und jump und jetzt ohne webs ist das alles sogar machbar und nebenbei gesagt bin ich jetzt auch gerade froh dass ich nicht mit gamepad spiele weil ich hätte das gleich wird das glaube ich jetzt nicht mehr zu hinkriegen das war bisschen doof aber okay dumm gehört dazu wer mich bestellt der kriegt der packung dummheit gratis dazu steht auch in meinen agb so nein das war mit ok war nein 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 geht er hoch nicht runterspringen oh epische musik ja die muss ich jetzt auch schon überquatschen ich muss fast schon auch die dialoge überquatschen weil in einen part habe ich da wurde mir angezeigt von ubisoft content von ubisoft bildmaterial echt boah hätte ich jetzt nicht gedacht ich dachte ich habe das spiel entwickelt mist war wohl doch ubisoft so ein scheiß dachte da kann man jetzt mal hier ganz und wo sein eigenes gemachtes spiel vorstellen dann ubisoft war es so ein bist aber auch naja wollen wir uns nicht weiter darüber ärgern wir haben nämlich gleich gewonnen und dann sind wir der goldene maske wieder ein schluss hier näher und gewinnt und sogar in der zeit hey 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 hallo hübsche sieger ihr seid der schnellste und stärkste mann venedigs nun seid ihr dem großen preis viel näher na die sind aber sehr erfreut darüber ich muss ganz ehrlich sagen also ich finde dass das doch sowieso ein abgekartet das abgekartetes spiel weil das wissen die doch dass das normal sterblicher sag ich mal niemals gewinnen könnte deswegen naja guck mal der assassine ist so flink und alles das kann doch nur der assassine dann schaffen und so weiter weißt du oder das ja wie gesagt kein anderer normalsterblicher schafft ist doch logisch also für dich zumindest gut vielleicht irre ich mich auch total und überschätze auch einfach nur die KI aber okay ich habe es auch nicht mehr in erinnerung ja ist ja in ordnung halt die klappe so einmal ja lass dich fallen lass dich fallen Ezio lass dich fallen wirklich deine KI hat dir das erlaubt ähm ich finde das auch total okay ja bin ich schon willkommen willkommen die spielregeln sind einfach ja hängt eure gegner ab holt die fahne aus der mitte des feldes und bringt sie zurück zum start um zu punkten noch wenn der gegner die fahne trägt müsst ihr ihn oben werfen und seine fahne stehlen erobert die fahne als erster zum dritten mal und die goldene maske kann euch gehören oh capture the flag echt ähm okay ctf capture the flag die gegner im spiel erobern die flagge bis sie okay so wo ist denn die flagge wo ist denn die flagge wo ist denn die flagge oh muss ich schon mal rein oh guck mal wir haben ja sogar konkurrenti ähm oh god das war toll ähm halt hahaha du kriegst mich niemals da guckst du dumm da guckst du dumm du kleiner Esel ich sag mal natürlich auch schon rein zufällig spielt ne wache mit ne so ne sprinterwache jajaja zufälle gibts gut erste flagge haben wir schon mal gewonnen ähm bereit für die nächste runde ei ei flagge erobern null problemo ich hoffe wir müssen nicht wieder aus so lustigen höhen ähm runterfallen ähm warte mal das machen wir mal ach komm wir haben genug medizin äh medizin dann können wir können wir uns das mal erlauben ne kümmer du bist schon wieder zu spät kann man die wache nicht einfach umbringen ich meine nur es ist ne wache und so und wachen kann man umbringen ähm egal friss mal noch ne medizin und lauf ein bisschen schneller weil der typ kommt ja dann doch ein bisschen schnell hinterher aber gut seine KI hat jetzt nicht verstanden warum ich jetzt hier rüber gejumpt bin ist in ordnung wir haben schon wieder gewonnen ja du kannst da jetzt auch stehen bleiben und einfach despawn das ist mir eigentlich auch relativ scheißegal ähm oh jetzt jetzt wird's knapp jetzt wird's knapp jetzt könnten wir direkt probleme kriegen oh fuck oh fuck oh fuck oh fuck oh mist okay das wird doof ne das kriegen wir nicht mehr der ist dann doch zu flott naja gut wir haben zwei von dreimal also pfff was will der schon ne wenn wir mal lieber noch sowas fressen hier ist ja auch scheißegal aber wohin rennt der denn ich hab eigentlich voll unfair aber der hat ja so sein sein capture der flagposten viel weiter weg ach komm nimm nicht die Leiter jetzt hier warum noch Gegner punktet hier sag ich doch achso achso so lange achso ok boah ich wollte nicht sagen what the fuck Ortswechsel aber ist ja nicht ok jetzt haben wir wieder ein lockeres Spiel oder auch nicht ähm hui und tschüss haha verkackt haha gut damit hätten wir dann die goldene Maske gewonnen der kann uns jetzt nix mehr weil seine KI kommt gemein seine KI kommt gar nicht hinterher oh Gott muss ich jetzt wirklich laufen oh mein Gott soll ich das jetzt können wir auch noch schleichen lalala du kriegst uns eh nicht mehr lalala tja verkackt haha und die spawnen einfach hallo du goldene Maske wir haben gewonnen und das ist bestimmt nicht ein Sieger ihr habt eure Fahne beschützt und seines Gegners erobert ihr habt euch als Krieger ohne gleichen bewiesen und kommt dem Sieg immer näher tja und die denken sich ihren Teil und gut dann gehen wir gleich erstmal zum Arzt weil brauchen wir uns ja danke für deine drei Florinen das ist sehr freundlich jetzt möchte ich mich aber erstmal heilen dankeschön ja möchte ich ok aber locker aber locker willkommen Kämpfer das Spiel ist einfach oh es gibt nur eine Regel keine Waffen kämpft so lange bis nur noch ein Mann auf den Füßen steht werdet ihr es sein? du? hm? wer wird die goldene Maske gewinnen? natürlich nicht betrügen lohnt nicht oh alle Gegner besiegen das heißt irgendwann benutzt er Waffe ähm ok wow ich habe stark überzogen aber egal du bist der nächste Bewerber sofort na komm her los jetzt ihr langweilt mich na komm na komm greif an und äh die Fresse wie seine Leiche eben weggepackt ist na komm ihr könnt mich nicht gibt es noch eine Herausforderung? ich glaube nicht na dicker ich liebe diese Momente der Infernung ich schläge dich oder ich schläge dich du kannst es kaum erwarten deine Derme in der Sonne zu sehen ja kannst du das wohl kaum erwarten du kannst du das wohl kaum erwarten bitch oh er hat mich getroffen oh er hat mich getroffen oh er hat mich getroffen kannst du nicht mal in deutsch sprechen egal er ist hinüber ha 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 der da hält sich scheinbar für einen Meister geh Dante zeig ihm wie schrecklich falsch er da liegt und der benutzt Waffen wetten wir? wie viel wetten wir? schwar eigentlich tut es mir ja leid dich zu verfrügeln weil ich meine bei der Vorgeschichte aber ok wenn er sich anders hilft ich meine drei Intentionen ich darf deine Lieber antworten na komm habt ihr Angst? eigentlich immer nur kontern gibt es niemanden der unseren Mann hier im Ring herausfordern will? haben wir einen Sieger? ja ich wusste es doch ich wusste es ah wir haben noch Kämpfer ja war klar ne und alle aus dem gleichen Gen-Pool so soll das also laufen doch hab ich aber Angst ich kann doch auch so verprügeln guter Versuch Beeilung ich habe noch ein Ende nein stirb Katze nein ich kämpfe ohne auch der erhebt doch seine Waffe drauf da braucht es ja keinen Spaß wir erinnern euch an die Ausbildung Männer na komm hier na komm dankeschön und tschüss ja euer Moment zum sterben ne komm das ist ein das ist ein Kampf vor der und tschüss na sollst du dir auch noch den Dolch abziehen aber gerne doch und tschüss so einfach geht das so einfach geht das naja für meine goldene Maske der Sieger hat bewiesen dass er der leichtfüßigste Läufer der stärkste Kämpfer der klügste Stratege und auch der Favorit der Damen ist da er nun vier Spiele anständig gewonnen hat das ist der Gewinner unserer goldenen Maske der Gewinner der goldenen Maske ist DANTE MORO was für Büschiss alter Glückwunsch wir sehen dich dann heute Abend Tja Dante ich befürchte du musst dann wohl dran glauben ne ich meine okay es ist eine Erlösung würde ich jetzt sagen aber okay wir sehen uns aber erst im nächsten Part wieder von Assassin's Creed 2 bis dahin tschüss und viel Spaß noch bei anderen Videos